ARD Text im Auftrag von Funk Wir werden nicht so... Alter, dieser Fahrstuhl ist zuap竿 Zum Heli abgeschossen Geh weg Team Nr, Geh weg Komm, wir machen Wettschwimmen Oh, 2,2,1, los .... Du verarschst mich nur, du bist an dir doch nicht. Hä, was? Ich dachte, du wärst dir da am Ufer. Nein, jetzt bin ich nicht mit dir. Shit. Alter, du bist gut. Alter, du bist gut. Alter, du bist gut. Ja, jetzt bin ich am Boden. Genau. Nein. 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 Das stimmt. Ich kann euch aber auch keine Chance entgegen. Äh. Was ist Leaderboard? Äh. Besten Listen. Farm, bitch! Was? Schon wieder Sturm auf Paracel. Nein, oh nö. Hüll die Trumpfe! Hilfe! Oh, ich hab voll die geil... Oh, ich hab ein 100 XP-Boost bekommen. Die erlöscht. Die erlöscht. Heser-Gund-Farber. Ich hab iss schlubbern also was ich gerade verstanden habe ist Phil ich will dich abschlubbern ja ich auch hab ich auch gesagt oh Gott oh Gott oh Gott Phil dich abschlubbern nein will ich auch abschlubbern oh man oh man Manu wo ist Phil hin geraten ich weiß es nicht schlubbern 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 ja sucht mal was vor oh Gott schlubbern 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 ich hab einfach so richtig schlubbern du hast aber so drauf so dass es so nichts kommt ja schlubbern 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 das ist nicht oh schlubbern schlubbern woh wot holy shit alter alter oh ey ich kann die gerade stop weg 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 n schlubber ja nils ist gut brauchst nicht heulen das macht auch nicht besser nein ich will mir was zu essen es hat mir ja mal sagen wie viele kills ich bekomme ich gucke mal auf simsons spiel kann man da guckt nebenbei simsons ja jetzt wäre echt der ipad der messert mich ich konter ich konter yes bitch in your face das war wieder ganz schön viel das war mindestens wieder ein quack glaube ich schön erschlagen ja egal da oben sind wir auch dabei nils fangen das medikit verdammt fliegen sind mir also links auch fack tötet ihn tötet ihn tötet ihn jetzt habe ich zum beispiel gerade wieder keine cruise mehr jetzt hast du gar keine waffe mehr in der hand jetzt hallo schießt ohne höhe du hast keine waffe mehr in der hand ich habe 16 in der hand und jetzt hast du keine waffe mehr in der hand jetzt hat Phil wieder jetzt hat er wieder keine waffe mehr in der hand wtf Phil schieß mal warte hab ich eine in der hand ja schieß das war fast cool das war ganz cool das war ganz cool das war ganz cool